Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvetespektatoris zu einem ganz schnellen Infovideo. Ich möchte nur sagen, dass wir heute am 5.12. am Nikolausabend sozusagen live gehen und zwar um 22 Uhr. Das ist in sechs Stunden. Ich hoffe, ihr findet meinen Twitch-Kanal. Twitch.tv slash Günther Shadow ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und mal reinguckt. Und ja, bis dahin sage ich dann erstmal alles Gute. Bis später und Pax Vobiskum Valete. Achso, Moment, stopp. Ja, falls noch Fragen kommen, wegen Spielen. Ich habe gedacht, EU4 und Elysium, das wäre so eine mögliche Kombination und das haut vielleicht auch zeitlich hin. Natürlich ist meine Zeit auch begrenzt. Es ist ein Stream unter der Woche und da sind in der Regel ja nie so viele Leute da. Ja, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Wir können bei der Gelegenheit auch noch ein paar andere Dinge besprechen und mal ein kommendes Total War Projekt irgendwie auch beschnacken. Also würde mich darauf freuen, wenn ihr im Stream dabei seid und da ein bisschen mit mir überlegt, was man so zocken könnte. Bis dahin dann alles Gute. Tschüss. Tschüss.